hey Leute ich bin's wieder Mr. B jetzt zu Error Nr. 6 6 ja das solltet ihr noch nicht sehen das ist immer mal eine überraschung so ich bin schon sagen ich habe 0 er wurde in den Namen also okay jetzt fällt es wieder ein das war ja wir ja das war ja Goldeneppel durch mit dem Leben in der Haut kann ich weiß ja nie macht die Scheiße weg ja jetzt haben jetzt haben wir die erst Leute jetzt sind diese Folge wieder ist man wie es ist wenn ihr das seht bin ich auf Urlaub ich glaube ich bin jetzt mit ihm gerade sieben folgen oder sofort produzieren ja auch für Ferienproduktion und so ich hab sieben folgen ja sieben folgen also damit ihr auch ich meine das ist ja Urgeil und ich habe mich jetzt nicht so viele wir wollen vor und ich glaube wir machen sieben ja das ist jetzt ja noch nicht mal ab nächste Folge müssen wir dann mein Hund bei Ferienproduktion schreiben oder ja ja nein ersten drei dürfen wir normal und danach müssen Ferienproduktion schreiben okay was ähm mal schauen wie viel macht er warte kurz ich habe gesagt das Protection voll schön schön hatte ja wie viel macht er ist zweieinhalb Mann was war das in Bogenstärke 1 ja die haben wir haben ja ich habe auch ein Sprungstecker ganz was so viel der Mensch ja du musst aber ja manchmal schießt man man kann ich habe nur ein Fall okay dann gehen wir mal das ist das Schatz 1 über oder nicht ja Protection 1 und ich auch und du hast drauf geschossen und soviel Damage und so ich mache einfach Eisenpigaxes ne aus Steilung wenn wir genug Eisen haben und also diese Folge machen wir mal wieder mein Hund bellt ich habe mich übrigens Leute ich habe mich jetzt dazu entschieden dass ähm Vollwasser immer unbedingt in die Höhe das ähm dass ich jetzt dann in den nächsten Dingen aus in den nächsten Tagen anfangen jeden Tag ein Video zu bringen oder jeden zweiten aber jetzt nicht mehr so zwei Tage Pause und dann ist wie ein Video weil ich mache ich schon das ist eigentlich eh relativ cool also das passt und dann wachsen auch mehr die Abonnenten aber das ist mir eigentlich eh wurscht sagen ja das ist schwer du musst du uns aufpassen da ist jetzt überall da ist eben Lava wenn wir uns wenn du weiter gehst beim Strip-Main-Tunnel das ist ja noch so viel hat nur gemacht das ist schwer jeden Tag zu schaffen ich hatte das eine Weile so geschafft so eine Woche zwei Wochen miteinander und danach wird es schwer in der Zeit und zwar ja eh klar aber solange ich erinnert wird es hoffentlich so funktionieren in die Führung der Ferien die er nicht so viel vor und zu sehen und produzieren dass ich nach den Ferien immer noch einen Monat schon nicht so kann also außer ich bin dann auf Urlaub da mache ich dann nicht so wie jetzt dass ich so extrem von produzieren wie ich jetzt immer nach aber weil das ist einfach das ist zu vielleicht ich muss so viel heute noch wenn man es ist das ist sicher schon alles gelandet nach der Schule direkt weil ich auch die Staten musste ich bis zum Schluss aber aber ich hab gar keine Schule aber auch ja für könnten was er beim Friseur ich werde ein bisschen was ist der Glatz habe ich gehört in der Hand haben wir die Sachsen sein also wenn es dann schon auf dem Weg sind die E-Mail und die Füße er ist an einem Kanal gemacht wie Leitmann eine die so andere Leute ich nicht gerne das ist ein Zehnter Freunden glaube ich und ja das ist sehr spannend um bei uns zwei Wäsche er hat was machst du da was machst du da was für Videos so schalte ich mal dieses coole Teil ab jetzt ich hab mich voll gefreut da Spaß dir hat der junge ich hab ganz so eine fette die leider soll jetzt aus österreich ja und da liegt auf die erste bereiche reden so komisch habe ich gehört ja angeblich sie reden so komisch aber nur die nur die die aus tirol oder so kommen hat mein redstone ich habe gehört du baust die blöcke nicht vor die aber sehe ich gerade habe ich vergessen ja das ist wichtig ich habe gehört nein ich hab's gesehen da war so ein typ sie rennen halt zurück in ihre base ihre base ist natürlich direkt neben ein lavasee und sein freund schlägt halt ihn so und er hat zwei hat zwei herzen verloren ist okay ist ja nicht so schlimm er fällt in lava und verbrennt hat halt während ihr während er noch brennt hat halt noch so 202 hatte noch ich glaube so also beginnt zu brennen hat dann genau ich weiß dass ich so zehn leben oder vier leben oder so und die verlieren dazu langsam das heißt wenn ihn sein freund nicht geschlagen hätte er doch überlebt einfach beinhart ja aber ich würde sagen wir gehen dann nächste folge noch mal rauf und wollen das ein bisschen leder während so dass soelbe spricht wenn jetzt weiter ich nehme nur Mohammed habe ich jedes essere so wir brauchen übermengen heißen Neldi anhörig und jetzt ist es dass er aber auch so sein alles ist in diesen und das ist der erste Kunde das ist bestimmt nicht ganz gut aber ich sehe das andere und ich nicht glaube ich bin tot hat das war wirklich gut die Zähne das wäre zu richtig lustig mit einem Stern immer so nach vorne was ist schon so viel zu haben ich weiß ich weiß was kann man zu mir hat es war ich weiß was man mal bei dir die Lava auch so Obsidianen so wie sie die Ahnung ich fühle es ist wie die Diers ja ich fühle es auch du bist übrigens einst zu tief du bist zu tief du musst die ganz in die Höhe graben du bist nicht auf die Höhe ich bin ein Diamant dein Gesicht er ist noch eine Spitzecke ja komm her ich habe viele gemacht diesmal ich hatte keine Mocker des Mannes hier hier ist bei Essen zwei Eisen bei Eisen hast du sie schon entstanden? Nein unentstanden ich bin ein Eis in Schamme also ja das geht nicht und auch die Schöne oder wir brauchen ein wir brauchen man ist viel Leder man ist viele Bücher egal nein wir haben überhaupt nicht viel Leder wir brauchen viele Leder ja so richtig viele Leder es ist richtig 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 und alles ist ein Wachstum das ist ein Wachstum Junge Junge Koma ich habe unter mir den Block abgehört dann habe ich sofort gemerkt dass ich unter mir den Block abgebaut und guck mal was da drunter ist Lava Passau und ich hatte erst später bemerkt dass ich das gemacht habe für schnell aufgehört aufgehört abzuwarten ich wäre jetzt zu das war so scheiße ja naja nein ich kann schon nein das war ja ein Block tiefer und da kann man rausfassen ich glaube wir würden es schon überleben weiß warum erstens einfach über die Wasser setzen zweitens wir sind ja so knapp nebeneinander da würde dann gleich der andere Freund helfen ja ich kann ich kann nicht so schnell eingreifen mit Wasser zu überlegen ich habe dann einfach was er wo bist du dran das auch unter dem Kiesel Lava die Kuppe zu sehen nein nein Junge das ist schon zu riskieren bis hin Warte pass auf das ist jetzt Lava und hat er und ist tot das kommt das kommt soll ich gehen jetzt einfach eine neue Herr warum kommt ja nichts man ja ich bin immer dass man es ist es ist ja auch wenn wir haben wir schon die Menschen hier ist hier ist aus dem Jahr wie lange haben wir schon 20 Minuten kann man nicht lernen hey in 10 Minuten aber komm her die Verklarungsgesetze war glaube ich jemand von anderen Themen er hat es das war natürlich ein Mann hat es schon oder waren wir hier ich weiß es nicht ich habe es an ach so dass es ist es ist dieser Lava und dieser Lava Raum und so oder nicht ich weiß es nicht immer da rein es war schon so alles nichts hat mich aufgemacht ich glaube hier oder hä ich war es das war mir schwer ja da geht ein Weg her das wird ja ich bin ich will jetzt wieder zurückgehen okay ich habe keine Mauer mehr ja ja warum ist hier mal scheiße ja die habe ich nicht angesprochen wieso alles kann ach so ja nachdem wir zu einem aufgenommen haben 20 Minuten später oder so war das Serverdown oder so ich weiß nicht ja ja einer hat geschrieben x6 und danach hat er geschrieben ja abgebrochen sein ich habe gewonnen ja und ich habe auch mal hier sie mal haben ich glaube nur weil wir drauf waren dass er zu voll ja 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 wenn du siehst und treffend machen wir zwei innerhalb herzen schauen und rein der Tektion ja ich bin so ein paar mal wieder ein also verdammt ja meine verdammten Mausenthalien das war ein kompletter Laptop und ich gehe lieber weg hier hoffentlich lösst du jetzt so auszusehen in Lava und so das wäre nicht lustig dann wäre ich allein und hätte auch verkackt alleine gegen zwei geht weg wer lebt überhaupt noch? warum bringt das hier die mein letzter Stand war 16 Leute schon ist das an 13 verdammt der die ist drehtzen drehtzen warte wo ist der? ah hier ist der schon mit dem ich baue mal wieder kurz alles auf ja in der Sonnensammlung zweifelten Chantelle mehr am Ende mehr mit den Zähnen die Zähne ich hätte jetzt bekommen jetzt haben wir 20 jetzt bekommen warte das meine ich jetzt wissen das wird zu wissen ob die Schwangerschaft auch aber dann mach ein Schwangerschafts-Test ein Schwangerschafts-Test kein Bock dann wirst du es wohl nie erfahren tja, endlich oh, ich hab keinen Bock mehr das geht nicht, lass einfach gehen lass einfach gehen, Digga und warum kommt überhaupt keiner? ich glaub, das ist richtig wenig nur noch so, die Leben okay, schärfen, schärfen wir waren noch 32, wir waren ein halber Stack, ey, wir waren ein halber Stack in einem Spieler und jetzt? eine Frage äh, bist du Level 9? ich bin level 20 komm her warum? warum? sofort, komm her wegen? es ist so fein es ist so geil oh, dir ist, dir ist zum Glück bin ich nicht gekommen, du spasst danke du wolltest mich nur ablenken warte, pass auf du wolltest mich nur ablenken weil ich die Dias nicht bekommen soll ja, bitte sag das nicht zu laut in der Aufnahme ich mag nicht, dass dir das, die Leute das wissen das mag ja eigentlich sterben ja, dass ich dich abgelenkt hab hast du mich abgelenkt? ja, es tut mir leid ah, du hast dich hier weiter gegraben, wo ich gegraben hab komm, komm, wir machen uns zwei Chestplates wie viel hast du? wie viel waren das? sieben ja Spaß, sechs aber trotzdem viel glaub ich, oder? wow, sechs Stück auf einmal ja, warte, warte, ich würd's noch nicht verkraften weißt du warum? warum? Protection One ist so viel wie Full Deer da wir jetzt gerade keine Bücher haben nicht craften bitte, da wir jetzt gerade keine Bücher haben ist das eigentlich unnötig ja, was soll haben? und da wir jetzt das machen können konkurzert, konkurzert geh bitte zum Amboss und crafte die beiden mal zusammen das ist mein Schwert jetzt und das gibst du mir dann, nein, und das gibst du mir dann bitte kurz nö, 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 gebe ich nicht mehr mein Herz hast du schon? Zeke, schlag mich einmal damit das ist, jetzt ist es meins nein, nein, nicht beim Dias Schwert mit diesem Eisenschwerter mit dann hab ich keine Level mehr ist egal, bitte so, also das ist jetzt Schärfe 3, oder? lol warte, lass mich kurz vollrecken oh, ich hab dich fast nochmal geschlagen ich hab voll Angst gibst du mir kurz gibst du mir kurz, gibst du mir kurz bitte nö, nö, ist jetzt meins ok, dann critical mich einmal bitte nein, warte, ich muss noch kurz vollrecken nö, nö, du kriegst das nicht critical mich einmal kurz gib mir einmal kurz einen critical hit verdammt, falscher warte, du musst kurz regnen gib mir dein Dias Schwert das ist so schärfe, oder? warte, jetzt du mach mir kurz einen critical hit komm, mit deinem Eisenschwert zweieinhalb und der hat, schlag mich noch mit dir zwei nur ein halbes mehr weißt du was? gib mir mal dein Dias Schwert gib mir mal kurz da ist Eisenschwert gib mir jetzt das Dias Schwert schnell und craft, schau mal kurz wie viel man die, wenn man die zusammen craftet ja, ich wollte gucken, ob das geht ähm, hast du von uns ans Flair? nein wie viel geht, aber, das geht wow, ich hab jetzt das Schärfe 3 Schwert OP das ist viel besser als in dir, glaube ich, oder? und enchantet ist es dir? mach mal, nein, Haltbarkeit ist unnötig, du warte, nein, Haltbarkeit brauchen wir nicht drauf ja, das, deswegen ich mach kurz... so zwei neue Schwerter eins davon enchantlich mal Schärfe perfekt hier links du kannst Schärfe 5 machen, du Spaß nein, noch nicht das geht schon schwerer jetzt brauchen wir noch ein Schärfe 3 Eisenchen dann haben wir Schärfe 4 nehm mal kurz das Eisenschwert 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 nehm ich sag ich jetzt auf Level 1 nein, geh mal weg hier ich brauch Level endlich, bitte Junge, komm nein, ich sag mir jetzt Level wenn man 1 2 1 so muss ich mir mal eine also ich hab die ich hab die gerade zu siehren jetzt sonst ist es fast auch vorhanden und dann ist eine Sirene und dann kommen die neue Stiftungen ich habe die die es zusammen machen der Schwerter das ist auch genau so gut wie ganz glaube ich oder nein besser aber alter stelle ich mir vor ich glaube auf die die Karte ist die Idee kommt jetzt gehen ja ja, deswegen dürfen wir jetzt nicht mehr rüber reden lass einfach nicht mehr rüber reden, die ganze Folge warte, wie lange haben wir jetzt schon? ähm, 14 okay, wir müssen aufhören 40 ich will kurz gucken ja, nein, wir müssen jetzt sofort aufhören ich hab so viel zum Rennen, bitte jede Sekunde zuhört, komm bitte, bitte, bitte du sagst, das ist komisch bitte bitte, bitte sagt das jeder also in Österreich bitte, bitte bitte oder bitte bitte jetzt komm okay, gut, drei ja, wir müssen laufen, Mann ja, okay, dann halt raus, tschüss tschau